In diesem Video aus der Reihe UML werden wir uns mit der Vererbung, der Aggregation und der Komposition beschäftigen. Beginnen wollen wir mit der Vererbung und die dient zur Strukturierung von Klassen, falls wir Gemeinsamkeiten in einer Unterklasse vorfinden, dass wir diese in einer Oberklasse faktorisieren können. Das bedeutet, es handelt sich hier um eine Ist-Einbeziehung. Wir wollen uns das Ganze einmal am Beispiel von unserem Computerladen der PC World anschauen. Dort hat jeder PC eine Seriennummer. Diese Seriennummer kann in der Oberklasse Computer faktorisiert bzw. zusammengefasst werden. Jetzt unterscheidet die PC World beim Verkauf zwischen Laptops und Desktop-PCs. Dies hat den einfachen Grund, dass die Laptops eine genormte Zollgröße haben und die Desktop-PCs können aufgrund der Tower individuell groß sein. Hier gibt es keine Norm. Ein Desktop-PC ist allerdings immer ein Computer, genauso wie der Laptop. Und genau das setzen wir in einer Vererbung um. Als Symbol für die Vererbung nutzen wir diesen Pfeil, den ihr hier seht. Dieser besteht aus einer Linie mit einem leeren Dreieck, wobei sich die Pfeilspitze an der Oberklasse befindet. In diesem Fall beim Computer. Der Desktop-PC besitzt eine Seriennummer und eine Größe, die individuell sein kann. Der Laptop besitzt dann ebenfalls diese Seriennummer, hat allerdings eine genormte Zollgröße. Der wichtigste Aspekt ist hierbei, dass beide Unterklassen, also die Klasse Desktop-PC und die Klasse Laptop, Zugriff auf die Seriennummer haben, die in diesem Fall vererbt wird. Der nächste Punkt, mit dem wir uns beschäftigen müssen, ist die Aggregation. Bei der Aggregation handelt es sich um eine Besteht-Aus-Beziehung. Also eine Beziehung, in der eine Klasse die andere Klasse enthält oder besitzt. Dabei existieren aber weiter Klassen unabhängig voneinander. Wir betrachten das Ganze mal an einem Beispiel, und zwar den Desktop-PC, welcher jeweils eine Tastatur besitzt. Der Desktop-PC besitzt diese Tastatur. Die Tastatur existiert aber auch unabhängig vom Desktop-PC alleine. Das verstehen wir unter einer Aggregation. Eine Aggregation wird durch eine nicht ausgefüllte Raute am Ende der Assoziation dargestellt. Sprich, in diesem Fall am Desktop-PC, der die Tastatur besitzt. Zusätzlich werden jetzt noch die Kardinalitäten angegeben. Ein Desktop-PC besitzt eine Tastatur. Und zu guter Letzt wollen wir uns noch mit der Komposition beschäftigen. Die Komposition ist ein Sonderfall der Aggregation und beschreibt ebenfalls die Beziehung zwischen einem Ganzen und seinen Teilen. Der Unterschied zur Aggregation ist, dass die Existenz eines Objekts von einem anderen abhängig ist. Und das schauen wir uns mal an dem Computer und seinem Lieferschein an. Die Existenz des Lieferscheins ist an die Existenz des Computers gekoppelt. Wird der Computer gelöscht bzw. gibt es den Computer nicht mehr, verschwindet auch der Lieferschein. Somit übernimmt das Objekt, in diesem Fall der Computer, die Verantwortung dafür, dass die Lebensdauer des anderen Objekts gewährleistet ist. Wenn der Computer gelöscht wird, verschwinden auch die Objekte, die zu diesem Zeitpunkt Bestandteil waren und nicht ohne dieses Objekt existieren können. Der Unterschied zwischen der Komposition und der Aggregation besteht also darin, dass bei der Komposition die Existenz des Objekts abhängig von der Existenz des anderen Objekts ist und nicht mehr unabhängig weiter existieren kann, während dieses bei der Aggregation im vorherigen Beispiel durchaus noch möglich ist. Die Komposition wird durch eine ausgefüllte Raute am Assoziationsende dargestellt. Laut den Kardinalitäten hat ein Computer einen Lieferschein und ein Lieferschein gehört zu einem Computer. Das war das Video zum Thema Vererbung, Aggregation und Komposition. Wenn es euch weitergeholfen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben oder über ein Abo. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.